Oh, oh, mein Arsch. Oh, so. Aber die ist trotzdem easy. So, gib mir deine Laterne her, du... alte Pimpernelle. Gut, jetzt müssen wir hier nochmal ein bisschen looten gehen, ne? Schön looten. Looten ist nochmal eine gute Sache. Hier gibt es nämlich noch mehr Stuff. Aha. Den hätte ich gern, mit dem hier rumfahren. Übelst nice. Ten out of fünf. Okay, jetzt sind wir hier einmal schon im Kreis gelaufen. Sehr gut. Außerdem, Kreissäge ist was für Lutscher. Ach, da ist es. Zack, zack. So, the Krauts. Äh, wir machen mal, zack. So, dann haben wir wieder was zum Heilen. Speedrun Strat. Ja, Lutscher, sei es doch. Mann, jetzt habe ich das Messer nicht ausgewählt. Wann kann ich denn eigentlich das nicht dagegen tauschen? Aha. Toll. Ist ja klasse. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, im Speedrun, da würden die auch gar nicht nach Sachen gucken. Und die werden wahrscheinlich nicht, weil sie es dann wüssten, hätten sie direkt am Anfang gewusst, aha, da muss man unten nochmal rein und dann da den Gang der alten folgen, easy. Ne? So. Ah, ja. Gut. Dann können wir wieder rausgehen. Tschüss. Achso. Cool. Alter, ich dachte gerade, was ist da denn? Naja, Any%NG Plus wird eher gespielt als New Game. Ja, aber alles Lutscher sonst. Ich sag's dir. Hast du jetzt mich da rausgekommen? Hör mal, kannst du mal die Tür öffnen? Dankeschön. Setzt mich wieder da hin? Alter. Naja, du hast dann im New Game hast du natürlich auch ein paar nette Waffen noch als Bonus dazu, die ich jetzt nicht besitze. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Du, 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 du. Tja. Wer ist denn da? Lutz, bist du's? Äh, so ist der NG Plus. Oh. Ich finde, Speedrun sollte eigentlich immer in NG-Statt sind und nicht NG Plus. Ja, ich finde... Ne, hier geh ich wieder raus aus dem Krokodil. Ich finde halt, dass du wenn du New Game Plus machst... Ah, ich weiß nicht. Es ist halt... Ja, ich kann eine Lutsche halt, ne? Nein, Spaß. Aber... Hände hoch, hier ist die GZ. Der Ball hat ein böses Gesicht. Ähm... Du hast halt übelst viele Boni, die du sonst nicht hättest. My Family. My Family, My Family, My Family. Die Evelyn. Das ist aber ein hübsches Bild. Macht das Spiel in gewisser Weise einfach und wird halt nicht, äh, mit Anfangssachen... Ja, genau. Hm. Braucht jemand Schuhe? Hier, bitte. Das Spiel ist aber auch nicht so schwer. Also gut, ich spiele es ja jetzt auch auf normal, weil ich leider nicht anders spielen kann, aber... Ja. Hm. Braucht jemand eine Puppe? Ich mach mal wieder den Schrank zu. Hm. 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 Eindeutig ein sehr schönes Bild. Ich gucke mal. Das ist ja ekelig. Weg mit dir. Ich weiß. Geht dir halt auch nur darum, dass du bis zum Ende durchkommst. Ich will mich bestimmt echt voll hart erschrecken. Oh. Eui, eui, eui. Kleiderständer hier, du. Meine Fresse. Äh. Mein Jot. Das war aber eine wilde Party, du. Okay, komm, einfach. Baby-Puppen ohne geflogen. Es ist ja auch easy mode, ne? Mit dem Wind. Days. Ach, Dark Souls. Gar nicht. Dark Souls. Something's wrong with her. Okay. Hallo, können Sie mal... Also, was soll das? Ist ja schon ein bisschen creepy, wenn ich mir so vorstelle, das würde in echt passieren. Du gehst durch so ein Haus, auf einmal rollt ein Ball da durch. Läufst... Bleib fort. Okay. Ich glaub, die glaubt mir. Wir gehen weiter. Yay, ich hab ein Ball. Ähm. Wäre ein bisschen creepy, gehst durch so ein Haus, wo man... Da rollt ein Ball. Da sind Puppen. Da ist ein Bär, der auf einmal schwarz blutet. Das ist aber ein hübsches Bett. Und so weiter. Das wäre schon komisch. Ich sag jetzt mal, wie das ist, ne? Okay. Ist hier etwa... ein Geheimgang. Dark Souls ist sowieso einfach. Selbst ich hab's durchgespielt. Ich will die Orange haben. Und die Banane. Nicht den Arm. Ja, komm, reiß raus jetzt hier die Scheiße. Die braucht den Arm eh nicht mehr. Das ist ja. Als ich das das erste Mal gespielt hab. Da haben wir auch schön alles dunkel gehabt. Ich und ein Kumpel. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte... Näh. Näh. Ich möchte mich nicht umdrehen. Waren die vorher auch schon hier? Alter, wie übelst creepy das einfach ist. Bis in so einem Raum drehst du dich um, weil da steht da so ein Mädchen, ey. Ich dreh mich wieder um. Achso, weg. Oh, guck mal hier, die... Ey, du blöde Göre. Komm mal wieder zurück. Du hast ja alles vollgeschmiert. Also so geht's ja nicht. Hallo? Ich möchte das vielleicht kaufen hier. Oh Gott. Alter. Warum steht er denn jetzt in der Tür? Mit dir hab ich nicht gerechnet. Oh, oh. Warte kurz. Nee, warte kurz. Warte kurz. Aua. Okay, irgendwie bin ich tot. Warum haben fünf Schlüssel nicht gereicht? Das raffe ich nicht so ganz. Okay, kann ich noch irgendwas machen, um mir Munition irgendwie? Nee. Schade. Ich könnte mir... Nee, könnte ich auch nicht. Ich könnte mich heilen. So, du kleiner Stricher. Jetzt. Ist aber mal Schluss mit lustig. Komm her hier. Ich hab gesagt, komm her hier. Äh. Oh, ähm. Ähm, kannst du mal die... Neee. Warte kurz. Oh, ich muss nachlaufen. Damn, ey. Burn to hell. Ist tot? Mal ganz kurz Ruhe. Ja, ich muss mich vergewissern. Okay. Ich muss... Okay. Warte. Weiß nicht, wie lange. Hab ich gerade, glaube ich, schon beantwortet. Ich weiß nicht genau, wie lange. Bis Ende. Huh. Huh. Okay. Keiner da. Ah, doch einer da. Juhu. Er macht einfach einen Marathon. So, tot. Okay, es wird ja alles easy hier. Ich bin versteckt. Bin ganz doll versteckt. Ach, nö. Ach, boy. Komm schon. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, ne? Dann pass mal auf. Ja, ha. Hast du gehauen? Jetzt bin ich ja nicht vorbei. Zack. Das sind hier nämlich die Speedrun-Strats, die du dir merken musst, sag ich dir. Hm. Da kiekst du jetzt blöd, wa? Ich weiß. So. Das haben wir erfolgreichst gemeistert. Da. Zack. Ach so. Muss ich den Arm da nicht irgendwie reinmachen? Ach, nee. Hey. Haha. Ich muss ja in den Wohnwagen. Gebäudemalerei Meier. Guten Tag. Ich hab ihn. Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Wird schon klappen. Wenn wir es hergestellt haben, können wir hier raus. Gemeinsam. Ich warte im Wohnwagen auf dich. Ja. Hey. Ich sag dir... Okay, tschüss. Möchte anscheinend nicht mit mir reden. Schade. Ich hätt's mir klar gemacht. Naja. Ja, das kaufen die mir schon ab, dass die geladen ist. Ich geh stark davon aus. Gleich kommt, äh, was richtig nice ist. Da werde ich ein paar Mal, glaub ich, verkacken. Wenn das gleich kommt. Was hab ich geschafft? Aha. Das Jenseits gibt die Wahrheit preis. Interessant. Ist ja verrückt. So, Rinder. Neun Stück. Naja. Die hab ich nicht. Fliesenleger Dietrich. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ach, ist auch egal. Wir brauchen nur noch den Kopf und den hast du. Und das wird mir und mir helfen. Hey, Kumpel. Ich dachte, du solltest wissen, dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Sie und Mia sind hier bei mir. Geil. Und sie leisten einander Gesellschaft. Das ist super. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein. Das ist familienintern, Ethan. Und nicht deine Sorge. Verstanden? Scheiße, Ethan. Merkt ihr das? Also, wenn du den Kopf haben willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen und ich geb ihn dir. Aber nur, wenn du an einer kleinen, nö, 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 Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe, nur für dich. Geil. Du bist schon ganz scharf drauf, aber keine Sorge, die läuft ja nicht weg. Als allererstes hätte ich gerne, Partner, dass du für mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohnwagen wirfst. Ethan-Öl, ja. Oder er ist Ethan-Methan. Das kann auch sein. Das ist ein krasser Superheld. Alles klar. Mach ich. Geil. Gibt es endlich was zu essen hier? Ja, guck. Oh, lecker doch. Oh, da hängt was dran. Das Schwein wartet im Zerlegungsraum auf dich, Miststück. Hm. Okay. Da war ja Bescheid. Wo ist denn dieser Zerlegungsraum, von dem alle reden? Der ist ja wohl im Keller. Aha. Ja, dann würde ich mal sagen, auf zum Atom. So, wie komme ich von hier nochmal in den Keller? Ist ja natürlich easy da lang. So, Munition wäre schon irgendwie zwei von drei gut. Moment, hier bin ich falsch. Ich muss doch ganz woanders lang. Da auch nicht. Ja, nice. Da nehme ich. Und da nehme ich. Oh, die Tür ist auf. Äh, anderthalb Stunden später bekomme ich die Nachricht, dass du... Ja, guck. Twitch ist immer up to date. Aber Twitch ist sowieso ganz komisch. Wenn du um 12 Uhr anfängst, zu streamen, manchmal kriege ich um 15 Uhr die Nachricht. Kann ich eigentlich rein mit? Nee. Okay, pass auf. Der Zerlegungsraum. Wir müssen hier durch, da durch, dort durch. Okay. Okay. Hi. Äh, hat mal jemand bei mir im Chat gehabt, der sagt, er hat erst sechs Stunden später Nachricht... Ja, gibt's alles. Na du, was machst du hier so allein, hm? Achso. Na gut. Dann lasse ich mal allein. Tschüss. Okay. Hier sind wir im Zerlegungsraum und hier wird zerlegt. Ne? Ist der eigentlich noch da? Ne, der hängt da auch nicht mehr, ne? Ne? Blöd gelaufen für ihn. Jo, was ist mit dem los hier? Der geht ja richtig heim. Okay, mein Freund. Messer! Jetzt komm her, Messer! Aua. Warte, ich muss mich kurz heilen, dann gibt's aber wieder Messer. Aua. Ja, Messer, ich sag's doch so. Schlitz, Schlitz, mein Freund. Schlitz, Schlitz. Don't fuck with me, Junge. Okay, ich renne einfach weiter, ich hab nichts mehr zum Heilen. Sometimes. Okay.